Hi und willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir müssen jetzt nochmal in die Transitstation und dort den Transit, glaube ich, aktivieren. Dann gucken wir mal, mir hätte jetzt eine Zeit lang eine quasi alienfreie Zeit, aber... Wie lange das wohl so bleiben wird, ist die Anna-Sache. Hier ist schon mal dunkel. Nein, niemand da. Oh, hier wollen wir bestimmt nicht nennen. Aber ob hier nicht ohne Grund zu ist. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Passiert hier jetzt was? Oh, nö. Gott sei Dank. Oh, oh. Da ist was drin, aber das kommt nicht raus. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Das hier. Öl-Klampe. Super. Das ist nix. Okay, an das Grüne müssen wir bestimmt ran. Aber wir gucken uns eventuell mal Umfeuer. Weil man kann ja nie wissen. Okay, hier können wir uns verstecken. Hier ist nichts. Irgendwas? Nein. Wir sind auch nur Schränke. Das ist gut. Um wiederherstellen. So, dann müssen wir da wohl. Puh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Also. Ich hasse es hier. Reg dich ab, du Drecks-Android! Also. Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Man kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Das ist total beschissen. Scheiße. Guckt an meine Richtung. Sie werden nirgendwo hingehen. Ich könnte schwören, dass ich was gehört habe. War wohl nichts. Dann müsste es auch schlimm sein, den Hebeldorfer, oder? Was steht noch da? Kacke. Ich kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Oh shit. Gott, ich hasse es hier. Was ist denn das hier? Ach du Scheiße. Fuck, 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 fuck. Oh, oh, was macht ihr? Okay, 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 okay. Nein, das war jetzt nicht so beabsichtig, ich wollte dich ja wei... Oh, 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 scheiße. Oh, 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 oh. Dies ist ein ganz wichtiges Mal, aber bitte hören Sie auf sich anzunehmen. Nein, 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 geh heim. Beruhigen Sie sich, du dich mal ein bisschen. Das ist keine Antwort. Der Rest ist schweigen. Äh, was, was, was? So, wo bist du? Boah. Ich habe eine Krieg. Oh, hä, kann man gerade noch hintreten? Wow. Ist das Viecher? So, zumindest ist das hier. Läuft jetzt wieder, habe ich so den Indruck. Ja, nehmen wir schießen müssen. Okay. Okay. Also die EMP-Granat schaltet eine A nur, ähm, kurzfristig aus. Uh. Der hat wahrscheinlich auch schon, ähm, eine kleine, ähm, Begegnung mit dem Androide. Privat-Transit-Neustart. Der gesamte Transit-Verkehr von Apollo zu trennen war wohl bestimmt eine gute Idee. Okay. Untergangen. Eine Warnung für dich, du Penner. Nett. Ah, das war der Kerl, der wo du ihn gesperrt ist. Der hat wahrscheinlich die Nachricht gekriegt. Oder der wo du ringenbeliefst. Wow. Ladungspack. Oh, hier ist noch Raum. Okay. Oh, Speicherstation. Wir gucken es hier erstmal. Oh, oh, oh. Lödlamp. Oh. Oh, nice. Das ist ein Megaiver. Die Megaiver-Riene. Wie kann ich mir hier noch was bauen? Kann ich mir noch sowas basteln? Boah, drei Ladungspacken. Ah, du brauchst weitere Ladungspacken. Da holen wir gerade noch mal eine Sensor. Kommt. Egal. Wir bauen uns noch mal so eine. Weil die verschafft uns wenigstens ein bisschen Zeit. Guck mal gucken. Medikits. Könnte man gerade noch mal eins benutzen, oder? So. Medikits. Kann man uns da ins Bauer. Ne. Könnte man nicht. Egal. Aus. Nicht, dass der Alien kommt. Weh du scheiß Musik. Okay. Ähm. Mh. Ja. Das ist immer auch Muka an. Das können wir hier Ladungspack holen. Ja. So. Geht das so? Ach, super. Äh. Ich weiß jetzt was selber gemacht. Ja, okay. Cool. Ich mein, ähm. So lange wie das dauert. Würde ich sagen, ist das gut, dass wir das nicht wären. Wenn wir noch den lebenden Androiden gemacht haben. Das wäre nämlich so ein Schiefgang. Würde ich sagen. Okay. Warte mal. Ohne hat noch was gelehrt. Können wir das durch unsere Bastelaktion im Hof sammeln? Natürlich Ladungspacknummer. Super. Nicht gut. Ähm. Wo sind wir da? Guck, das sieht. Scheiße. Ist der kaputt? Oh, lass mal ganz was sehen. Endgranate. Eine verbesserte Version. Steht da jetzt noch irgendwas? Ach, in einem größeren Bereich. Okay, aber wir haben keine Sensoren mehr. Aber ich würde sagen, wir gucken, ob wir gerade nochmal speichern können. Das wäre ziemlich okay. Können wir mal. Sehr schön. Uh. Okay. Dann. Blick auf die Uhr. Würde ich sagen. Wir machen nochmal eine relativ kurze Folge. Hier haben wir gerade so schön gespeichert. Hier haben wir gerade so schön gespeichert. Wir wissen, ob wir das nochmal kennen. Und beim nächsten Mal machen wir auch mal weiter. Bis dahin dann. Bye, bye. 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 Bye.